Heute mache ich einen 1.000.000 Meter großen Feuerball in Roblox. Werde ich es schaffen, gegen meinen Freund Uri in einem Elementar-Battle ganz am Ende zu gewinnen. Schaut das Video unbedingt bis zum Ende, um mich nicht zu verpassen. Lasst ein Abo, Like da und aktiviert die Glocke. Let's go! Ey Freunde, schaut mal da oben, ist mein Freund. Und ich werde ihn jetzt richtig krass pranken. Nämlich sind wir hier im Feuerball-Simulator und ich werde jetzt ein Vorbau auf ihn schießen. Let's go! Komm her, Uri, ich krieg dich! Boom! Haha! Wir haben doch ganz viel Kaffee und zack! Let's go, Uri, ich hab dich bekommen. Und ich bin viel besser als du. Ich werde dich heute noch kriegen, Simlaki. Ich werde den dicksten Feuerball von hier überall erschaffen. Hey, was? Und dann werde ich die Anilien-Bowde sagen. Was hast du mit dir für einen Feuerball? Ey Freunde, warum ist Uri so stark? Lol, was ist das Uri? Junge! Ey, warum bist du so stark? Hast du etwa reingecheatet? Schau mal, die da vorne. Wir sind nicht mal ansatzweise stark. Im Gegensatz zu ihm bin ich ein kleiner Wurm. Schau mal, die da vorne denke ich. Warte mal, ey, ich mach dem gar keinen Schaden. Ich kann den gar nicht... Ah! Okay, 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 okay. Ich renne weg, ich renne weg, Uri. Ich renne weg. Ich muss wieder in die Sicherung zu holen. Ganz, ganz schnell, bevor ich hier draufgehe, Freunde. Okay, der ist viel zu stark, Freunde. Nämlich können wir die ganze Zeit stärker werden, wenn wir hier so schlagen, Freunde. Schaut euch das mal an. Dann werden wir die ganze Zeit stärker... Leuchtet jetzt das mal an. Erreicht 50 Power, um den nächsten Feuerball freizuschalten. Uri, das hast du schon geschafft, oder was? Oh ja, und ich bin schon fast beim nächsten. Hier in der Herstunde, ich schlack dich. Was? Als wenn... Ich schlag dich ab, Uri. Uri, komm her, Mann. Bapp, Bapp. Hier macht man gar keinen Schaden, Uri. Oh, aber ey, wir können hier vorne trainieren. Dann werden wir noch stärker und können noch krassere Feuerball... Ey, ehrlich? Warte mal, guck mal. Oh yeah. Erreicht 100 Power ist benötigt. Guck mal, Freunde, ich hab jetzt auch schon einen zweiten Feuerball. Oh nein, das ist einfach so ein Flammenfeuerball, Freunde. Ich sag doch, Rot ist die beste Farbe, Uri. Und Feuer ist auch das coolste Element. Warte mal, schau mal den hier vorne, Uri. Sollen wir gegen den Team und den besiegen? Ich hab ein Wasserfeuerball. Das ist doch viel stärker. Du sagst, Rot ist cool, aber schau mal. Hier, Wasserball. Das ist doch viel cool. Ey, das ist gar kein Wasser. Ist das Wasser, Uri? Ja, das ist ein Wasserfeuerball. Ah, aua, Uri. Hö, der macht ja richtig viel Damage. Und, Freunde, ich hab direkt den nächsten Feuerball freigeschaltet. Jetzt genau denselben wie Uri. Und jetzt schieß ich damit ab, Freunde. Und let's go. Haha, Uri. Das kriegst du zurück, komm her, Mann. Boom. Haha. Ich krieg dich, Uri. Paz. Haha, easy, Clem. Ich werde jetzt gerade trainieren und dann werden wir die Heftigsten, okay? Okay, machen wir. Ich bin hier beim Boxer und kriege viel schneller alles bloß. Aber, Freunde, ey, wisst ihr was? Das weiß Uri nicht. Hier gibt es einfach ein Glücksrad und das drehe ich jetzt. Und dann wäre ich viel krasser als Uri. Oh, kann man hier viel Plus kriegen? Warte mal, ich drehe das jetzt einmal. Und zack. Let's go. Komm schon. Ich kann es dreimal drehen, Freunde. Ey, das machen wir später nochmal. Und was werde ich kriegen, Freunde? Komm schon. Irgendwas Gutes, bitte. Ey, die langt lautet das bitte sehr. Und Leistung mal 10. Was ist das denn bitte sehr? Ey, das ist bestimmt richtig OP. Das krieg ich einfach 10 mal so viel Leistung, Freunde. Da wäre ich jetzt richtig krass, oder nicht? Warte mal. Wir können jetzt ein Glücksrad drehen. Ja, du Schlaumei, habe ich auch schon rausgefunden. Und 1000 plus, Freunde. Ey, das riecht gerade so. Okay, ich bin krasser als du jetzt. Ich habe einen Giftfeuerball, so Lucky. Giftfeuerball was? Ich schaue ja gleich, was für einen ich habe. Weil ich habe gerade richtig viel Flammenplus bekommen. Und nochmal. Let's go. Ich habe auch einen Giftfeuerball, Uri. Schau dir das mal an. Ah, Uri. Mein Giftfeuerball ist irgendwie lila. Ja, sehe ich auch gerade. Hast du jetzt was schon krass? Und wie viel Power hast du, Uri? Ich habe gerade 2, nee, 3,6 Power, Junge. Äh, ich habe 7,3 Power, Uri. Ich bin viel stärker. Das ist viel krasser. Let's go. Ich bin so krass, Freunde. Wisst ihr was? Weil ich mal 10 Trank bekommen habe. Und der ist richtig OP. Schaut mal, wie schnell ich das Plus mache. Was? Freunde, schaut euch das mal. Wie viele? Alter, ist das krass. Nein, Uri, ich muss jetzt richtig krass trainieren. Ich kriege gerade mal 10 plus, Uri. Mal 10 alles. Ich habe 3,15 plus Stärke pro Sekunde, Uri. Ich rasiere nicht so was von Uri. Ey, das muss ich auch bekommen. Woher hast du den? Nee, kriegst du jetzt nicht. Und wie kriege ich die Haustür? Ich will noch stärker werden, Freunde. Ey, ich werde jetzt den besiegen, der uns am Anfang besiegt hat, Uri. Ich werde den so was von Hobbs nehmen. Schaut euch das mal an. Warte mal. Hä, kann man hier auch Bank drücken machen? Das kann noch lange dauern, bis wir richtig stark werden. Aber ich traine auch schon richtig hart. LOL. Das geht auch. Ich bin beim Wellenball. Ey, warte mal. Was bin ich jetzt eigentlich? Ich habe richtig viele freigeschaltet, Uri. Hier, komm mal her, Uri. Komm mal her, Junge. Putz. Ich bleibe bei Natur. Warte mal. Du frisst nur zurück, Junge. Richtig stark. Schau mal, wie viel Leben der hat, Uri. Ich kriege den gar nicht down. Aber den kriege ich ganz easy down. Und zack. Ein Hit, Uri, nur. Und ich trainiere jetzt weiter. Bats, Bats, Bats. Ey, guck mal, wie viel Kraft ich kriege. Boom. Was, wie heißt der? Windschneider Feuerball heißt der einfach. Der ist so krass, Uri. Da auf mich, die ganze Zeit zu holen, Simlaki. Willst du etwa, dass ich schwach bleibe, oder was? Aber weißt du was, Uri? Wenn ich den Kill kriege, ich kill's bloß. Und warte mal, was ist das denn hier für einer? Der ist einfach doch ein richtiger Noob. Oh, der Arme. Ich hab ihn gerade gekillt, Uri. Und, äh, Uri kommt wieder her. Bats. Sorry, Simlaki, Mann. No, ey, du hast ja voll einen krassen Feuerball. Ja, okay, sorry, Uri. Mach ich nie wieder. Ja, verstanden? Ich mach mich aus, Alter. Du kriegst gleich eine auf die Nuss, Junge. Ey, Uri, übertreib. Was? Ey, Uri, weiß nicht, was für ein Feuerball ich gerade hab. Guck mal, ich teste jetzt an dir aus. Boom. Haha. Let's go. Ey, wie krass ist der bitte sehr? Und zack, komm her. Bam. Schön. Danke, dass du den an mir austestest, Junge. Okay, Uri, entspann dich, entspann dich, Uri. Ich treffe es nie wieder aus bei dir. Aber, Uri, ey, du weißt nicht, was das ist, Uri. Ich hab einfach ein, was das für ein Feuer. Ey, Uri, hör auf damit. Du willst mich etwa killen? Nein, kannst du nicht, Uri. Bats. Ich mach dich One-Shot, Freund. Ey, du trankst mich so OP mal 10. Ey, wie krass ist das bitte sehr? Schuhe, guck mal, ich krieg die Gaszeit bloß. Und gleich hab ich den nächsten Feuerball. Ich hab einfach Void, Uri. Ich hab einfach so eine schwarze Magie als Feuerball. Ist das nicht krass? Das ist nicht krass. Wie, das ist nicht krass? Natürlich ist das krass, Uri, hör auf zu lügen. Nein, ist es nicht, Junge. Du bist auch einfach... Äh, warte mal, äh, wer war das bitte sehr gerade? Was ist das, Uri? Ey, nee, ich rech mich an dem, ich rech mich an dem. Alter, wie stark ist der, wie stark ist der? Ey, denkst du, der ist so stark? Nee, ich hab auch schon krassen Feuerball. Wo ist der, Freund? Ich rech mich an dem. Uri, okay, ich komm. Äh, ich rech mich lieber nicht an ihm. Aber weißt du was? Bitte, let's go, ich krieg dich. Was, wie stark ist der, Uri? Komm schon. Boah. Uri, wir Team gegen den, wir Team gegen den. Ich gewinne den King, komm schon. Keine Chance, keine Chance. Wie, keine Chance? Guck her, ich krieg den Easy Peasy. Komm her, Mann. Bats, Bats. Äh, er hat mich One-Shot gemacht. Ja, keine Chance, sag ich doch. Der ist viel zu stark. Aber gegen die anderen kann ich trotzdem gewinnen. Ey, Freunde, warum ist der so krass, Alter? Ich text gar nicht. Egal, ich trainiere jetzt weiter, Uri. Und gleich hab ich den nächsten Feuerball. Freunde, wir werden heute schauen, wer stärker ist. Ich oder Uri. Uri, gerade bin ich stärker. Aber... Oh, wir werden mal rausgucken, wie man eine richtig krasse Fähigkeit hat. Wie man viel schneller, äh, stärker bekommt. Hey, wie? Uri. Währenddem man der King wird. Währenddem man King wird? Oh, was willst du denn für einen Feuerball? Äh, Uri, ich werd jetzt auch King. Was kriegt man denn dann? Plus? Wie wirst du überhaupt King? Fünfmal plus, fünf plus. Fünfmal? Ich hab zehnmal durch diesen Trank. Aber ich weiß nicht, wie lange das hält, Uri. Weißt du was, Uri? Ich werd jetzt trotzdem stärker als du. Ich werd der neue König. Let's go, guck mal. Ey, da, wo du bist, da war ich schon lange her. Ja, da war ich ganz am Anfang. Ich bin da, Uri. Ja, ne? Was? Als wenn... Ey, da bin ich da. Was ist das bitte sehr? Hä? Hey, hier gibt's richtig krasse Sachen. Was ist das? Trainingsbereich. Zehn Billionen Power benötigt. Ey, so viel hab ich doch noch gar nicht. Warte mal, wie viel braucht man hier? Ey, das ist... Jo, das sind recht krasse Trainingsbereiche. Das ist viel krasser als dieser Boxsack. Aber die sind richtig... Dafür muss man richtig stark sein. Ich bin doch leider nicht so stark. Was ist das bitte sehr? Ey, ist auch viel zu viel brauchbar dafür. Uri, ich geh jetzt... Ich werd jetzt neuer King. Du bist neuer King. Versuch das mal gegen den, der dort drauf ist. Der ist viel zu stark für dich. Ey, was ist doch immer dort? Ey, der Ehrenlose. Warte mal, ich kill mal den hier vorne. Oh, der ist auch viel zu stark. Oh, was? Loll! Ich hab wieder einen neuen Feuerball. Ey, der sieht so cool aus, Uri, den ich gerade hab. Na, Junge, der ist schon wieder hier. Der will mich die ganze Zeit killen. Ey, der Ehrenlose. Warte mal, ich schieß den mal ab. Jetzt bin ich King, Uri. Jetzt bin ich King. Und ich krieg schon viel mehr Plus, oder nicht? Warte mal, ich will König werden. Ich bin König. Let's go, Franz. Schau dich das mal an, Uri. Versuch doch mal, mich nicht mehr König zu machen. Auch König zu werden. Hm, schaffst du das? Ich hab eine neue Feuerball, nämlich das schwarze Loch. Hä, wie bist du so schnell, Uri? Oha, ich krieg jetzt richtig viel Plus. Ey, ich glaub, mein Trank ist vorbei, Uri. Ich krieg nicht mehr so viel Plus. Wisst ihr was, Freunde? Ey, ich glaub, der ich die ganze Zeit zerstörst von irgendjemandem, Mann. Der ist so voll irrenlos. Uri holt den Klang jetzt auf. Der hat schon diesen schwarzen Feuerball. Das ist viel zu krass, Freunde. Wisst ihr was? Ich muss jetzt nochmal spinnen. Ich will nochmal diesen mal 10 Leistungstrank. Ey, das war richtig krass, dass ich ihn bekommen hab. Wisst ihr was? Ich drehe noch einmal. Zack, let's go. Und was krieg ich jetzt, Freunde? Nebenbei trainiere ich die ganze Zeit. Zack, die ganze Zeit. Bam, bam, bam. Werd immer stärker, Freunde. Damit wir einen neuen Feuerball haben. Und wieder mal 10 Leistung. Let's go, Freunde. Schaut mal, wie schnell das jetzt geht. Freunde, ey, ich werd so schnell stark. 3000 Stärke pro Sekunde. Uri, schau mal, mein Feuerball. Wo bist du, Uri? Zack, ja, was will der gegen mich machen, Freunde? Und Boots. Äh, warte mal, hä? Ey, ihr verkemmt sich einfach. Weren uns lassen, bitte sehr. Egal, ich trainiere jetzt weiter, Uri. Hä, wo bist du? Warum versteckst du dich, Uri? Ich werd gerade richtig stark, damit ich dich gleich besiegen kann. Schau mal, ich kann sogar Double Jump. Hä, wo bin... Äh, Uri. Du willst dich so stark. Nämlich, bam, und One-Shot. Haha. Let's go, Uri. Versuch mich mal, One-Shot zu machen. Schaffst du das? Natürlich schaffe ich das mit meinem Galaxy-Ball. Let's go. Und boom. Äh, nein, schaffst du nicht, Uri. Hä, das ist noch von lange. Guck dir das mal an. Der ist einmal mein Ball. Komm her, Uri. Batz. Und jetzt trainiere ich weiter, Uri. Ba, 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 ba. Und mach immer mehr. Und, Uri, gleich hab ich einfach das Neue. Komm schon. Und, 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 ey, das ist noch von lange. Warte, der trank ich schon wieder weg. Das geht nur immer ganz kurz. Aber jetzt hab ich einen neuen Feuerball. Okay, Freunde. Lass einen ab und einen Like da. Damit ich jetzt stärker werde und den Feuerball schießen kann. Äh, warum klappt das nicht, Freunde? Ey, ihr müsst mir Likes da lassen. Schnell, Freunde. Auf drei, zwei, eins und no. Komm schon. Ey, ich werd Uri damit wieder pranken. Ich werd wieder abschießen mit einem neuen Feuerball. Und der wird richtig krass, Freunde. Ich sag euch ehrlich, wir sind grad schon sowas von OP. Warte mal, wie viel... Ey, ich kann den nächsten Trainingsbereich trainieren. Hab ich gar nicht gesehen. Was das denn bitte sehr? Uri, komm mal hier auch hin. Hier kann man für 100.000 direkt trainieren. Du hast doch schon 100.000. Junge, man muss sich Pets holen. Ich glaub, die sind richtig OP. Äh, ja, glaub ich auch. Aber wie schafft man das, Uri? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja, komm mal her, Uri. Hier ist ein neuer Trainingsbereich. Du musst hier hin. Komm mit, Uri. Warte, ich will einen Pet holen. Ey, sollen wir mal zu der Arena? Ey, wir machen jetzt eins, jetzt eins, Uri. Wow, schuldig das mal, Uri. Komm mal zu mir, schnell. Oh ja, ich hab ein krasses Haus mitbekommen. Hörst mich auch, Uri. Komm her, Uri. Ich will dir was zeigen. Guck mal, hier ist einfach krass, da im Bereich zum Trainieren. Siehst du das? Für 100.000. Hä? Ja, hier kann man einfach trainieren. Guck, hier ist mal der Trainingsbereich. Mal 2,5 Leistung. Aber, Uri, du kommst da nicht hin. Let's go. Ey, ich hab's genau, weißt du was? Ich trainiere jetzt hier selber. Mann, ey, hier kriegen wir richtig viel Plus. Das ist richtig stark. Ah, nein, Uri. Ey, willst du mich gerade erledigen? Schaffst du sowieso nicht, Uri. Nein, möcht ich nicht. Ich versteck mich hier vorne. Du siehst mich gar nicht. Ey, natürlich sehe ich dich, Uri. Ey, nebenbei, das ist hier so wie bei Naruto, ne? Der hat ja auch immer bei diesem Wasserfall trainiert. Stimmt, und dann wird der auch richtig stark. Ja, kommt ja so Doppelgänger und so machen. Stimmt. Oh ja, der Wasserfall, der gibt einem so eine Meditationskraft. Stimmt, der gibt einem richtig viel Chakra. Aber, Uri, du hast dir gerade ein Haustier geholt. Denkst du, das ist mir nicht aufgefallen? Warte mal, ey, ich kriege gleich eine Million Stärke. Okay, wir machen, wer als erstes eine Million Stärke kriegt. Und ich hole mir direkt hier ein Haustier. Warte mal, wie kriege ich das jetzt? Wo bist du denn das? Ey, warum kriege ich nicht dieses komische Haustier? Uri, wie hast du das bekommen? Ich bin halt einfach nur heftig. Äh, warte mal, Uri, ich habe das jetzt auch. Hä, das war voll einfach. Warte mal, wenn man King ist, dann kriegt man mal fünf Stärke. Das ist ja viel krasser. Warte mal, ich will jetzt King werden. Komm schon. Und, zack. LOL. LOL, Uri. Ey, ich kriege so viel Plus. Nein, unglaublich. Uri, du weißt nicht, wie viel. Ey, Uri, was soll das? Junge, komm her, Mann. Boah. Uri, schau dir das, Mann. Junge. Ey, was habe ich für einen krassen Feuerball. Uri, das ist unglaublich. Ey, ich kriege so viel Plus. Warte mal, hä? Äh, äh, Uri. Äh, Uri. Ähm, Uri. Uri. Was ist los, Junge? Wie viel kriege ich gerade? Uri, äh, das ist unglaublich. Warum mache ich gerade so viel Plus? Uri, ich glaube, ich habe eh irgendwas falsch. Irgendwas ist falsch. Ich weiß nicht, warum ich so viel Plus mache. Ey, irgendwas ist passiert, das ich kriege. Uri, das ist ein Bug. Das ist ein Bug, Uri. Wie viel kriegst du denn? Uri, komm mal zu mir, komm mal zu mir. Schau mal, wie viel Stärke ich habe. Was ist das, Freunde? Alter. Ich glaube, ich habe irgendeinen krassen Typen besiegt. Oder habe ich gerade dich besiegt? Ja, oder? Uri, schau mal. Schau mal, Uri. Bumm. Ey, sag doch, wie viel Stärke du jetzt hast, Mann. Ich habe zwei Billionen. Warum hast du so viel? Ich habe keine Ahnung, wie ich so viel bekommen habe. Vielleicht, weil ich König bin. Aber ey, wie krass ist das bitte sehr? Freunde. Zwei Billionen. Ja, drei Billionen gleich. Warte mal, nee, ich habe... Wie kriegst du denn pro Schlag? Breh, stimmt gar nicht. Ich habe erst eine Billion. Uri kriegt pro Schlag 20 Millionen, Uri. Warum? Ich habe keine Ahnung, wie das klappt. Ich glaube, weil ich König bin. Aber Uri, du bist jetzt ganz sicherlich König. Weil sonst besiegst du mich. Weil sonst besiegst du mich. Ich glaube, als König kriegt man richtig viel Plus. Boah, das ist krass, Alter. Das ist richtig okay. Schau mal, Uri. Ey, du kannst gar nicht mehr kommen. Du hast mir gar nichts getan, Mann. Ja, egal. Du bist jetzt nicht König. Ich bin... Ich bin kein Bruder. Ey, Freunde, schau mal, wie viel Plus ich mache. Aber Uri kann sowieso nicht der König werden. Hä? Du Noob, Uri, komm her, Mann. Bam! Junge, es reicht. Ey, Junge, Uri, übertreib mal. Ey, Freunde, ich glaube, der rastet richtig aus. Ich verstehe kein Wort mehr. Junge, Junge, Junge. Uri, versuche mal auszuweichen. Und zack. Ich gebe dir gleich ausweichen. Und zack. Ey, Uri, du kannst mich gar nicht erlegen. Schau mal. Ey, mach mir mal Damage, Uri. Mach mir mal Damage. Du machst mir nicht mehr Schaden, Uri. Schau dir das mal an. Echt? Ich kriege dir keinen Schaden? Ja, du kannst mich so oft abschießen wie du... Ah! Äh. Was war das mit dieser, Freunde? Das war echt... Das war die Power von Uri. Das war nicht die Power von Uri. Das war... Warte mal, Uri. Nein, du darfst jetzt nicht beim Königsbereich sein. Du bist so richtig stark. Warte mal, ey, den will ich kriegen, Freunde. Den will ich kriegen. Komm schon. Ich krieg den, Freunde. Ich krieg den. Ich werde viel stärker als der. Warte mal, wie viel ist das los? Uri ist der King, Junge! Ey, man kriegt als King so viel Plus, Freunde. Das ist unglaublich. Ey, Mann, ich muss den kriegen, Freunde. Ich muss den kriegen. Ey, warum bin ich so stark geworden? War das ein Bug, Freunde? Ich muss nach oben. Ich muss King werden. Oh, jetzt trainiere ich weiter. Oh nein, ich bin wieder draufgegangen. Ey, als King kriegt man so viel. Ich habe 20 Millionen Plus bekommen. Freunde, warum kriege ich jetzt noch... Das war ein Bug, Freunde. Das war 100% ein Bug. Ah, ich weiß es, wieso. Ich habe mal 10 Tranken und dann nochmal Plus König. Das war die Meta, Freunde. Ich sage euch, das war die Meta. Guck mal, jetzt kriege ich viel weniger Plus. Nicht mehr so viel wie davor. Gerade eben habe ich mal 20 Plus bekommen, Ukri, ne? 20.000, Alter, das ist krass, Mann. Das ist richtig krass. Aber jetzt hast du auch schon so einen krassen. Warum, Ukri, hä? Ey, wie krass, Junge? Ich bin erst bei 1 Million. Du bist viel krasser. Du hast ja 1 Billion. Ich bin bei 7 Billionen, Ukri. Das musst du dir mir vorstellen. Guck mal, wenn ich bei 1 Million bin, das heißt, ich muss 100 Millionen... Aber, Ukri. Ich muss 299 Billionen bekommen, um erst mal 1 Billion zu bekommen. Ja, aber ich habe gerade voll viel mehr Plus bekommen. Ich glaube, das war wirklich ein Bug, ne? Warte mal, ich mache dir noch einmal Glücksrad. Ich glaube, das ist richtig OP. Du hast einen Plus bekommen, Sophie. Ich check's nicht. Ich weiß selber nicht. Ich verstehe es nicht, Ukri. Warte mal, was habe ich bekommen, Freunde? Egal, ich gucke gleich nochmal. Ich kann dir nicht mal schreien. Ey, hör doch auf. Ich kann so viel dran. Ey, Ukri, übertreib mal nicht. Hier, warte mal. Und zack. Hä, 500... Es gibt mir einfach gar nichts. Ich brauche so... Ukri, ich verrate den Geheims, okay? Du drehst das Glücksrad. Und wenn du da einen richtig krassen Trank kriegst, dann kriegst du viel mehr Plus. Und wenn du da noch Plus König bist, dann bist du richtig OP, ne? Nee, du hast es einfach... Es war ein Bug oder so. Ich weiß keine Ahnung, wie viel... Ey, ich glaube auch, es war ein Bug. Weil, Freunde, ey, ich bin so stark geworden. Ich bin mit der Stärkste auf einmal. Ey, schau mal auf der Rangliste, Freunde. Wer ist das Krasseste? Was? Da gibt es ja richtig heftige... Mal 10 Leistung wieder. Oh, wie gesagt, das war mal 10 Leistung, Ukri. Schau mal, wie schnell das jetzt geht. Schau mal, wie schnell das geht jetzt. Und, Ukri, ey, hör auf, die hast du mich abzuschieben. Sonst schieße ich dich auch ab, ne? Ich bin auch mal 10 Leistung. Warum gönnst du mich nicht? Hä? Ukri, kriegst du nicht? Ich muss den Glück gerade drehen. Und ich habe Free. Ich habe Free Spin. Ja, ich habe Glück gehabt. Du hast gerade den Glücksfach gekauft. Sag ehrlich, du Freund. Nein, habe ich nicht. Ey, ich habe einfach wieder mal 10. Und, Freunde, wir machen jetzt noch einen Feuerball. Und wir werden sehen, wie krass der aussieht. Schau mal, wie krass der aussieht. Ich bin einfach... Was steht da? Danke für den Nix, um Lacki. Danke, dass du dich hier aus... Wow, schaut mal, wie krass der ist. Und jetzt, ich werde noch krasser, Freunde. Ich werde noch krasser. Und... Let's go! Was habe ich jetzt? Ukri, okay. Ich muss ihn an dir aussetzen. Und... Wow! Freunde, was ist das bitte sehr? Ey, schau mal, wie groß der ist. Ukri, ich bin einfach der krasseste. Let's go! Hä? Wie viel kriege ich jetzt bitte plus? Ukri, ich bin so krass. Ich kriege 40 Millionen pro Schlag. Ey, das ist so heftig. Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen entscheidenden 1-1-1 gegen Ukri. Ukri, bist du ready? Komm in die Arena. Wir machen jetzt 1-1-1. Ich besiege dich so easy, Junge. Ja, komm her. Wir werden sehen, Ukri. Komm her, Ukri. Und... Das Battle beginnt in 3, 2, 1. Und 0, Freunde, ich schimpere in die Kommentare ab. Was denkt, wer wird gewinnen? Ich oder Ukri? 1 für mich und 2 in die Kommentare für Ukri. Also alle 1, 2 in die Kommentare. Nein, alle 1 in die Kommentare. Und let's go! Äh, warte mal. Höchst du, ich hab mich gar nicht getroffen, Ukri. Warum weißt du so gut aus? Ich mach nur einen Schaden bei mir. Hey, wie, ich mach nur einen Schaden. Hör auf zu lügen. Ey, Freunde, schreib alle 1 in die Kommentare, damit ich Ukri treffe. Alle 1 in die Kommentare schreiben. Und jetzt kommt es alle ab und ein Like, dann treffe ich jeden. Und... Easy, Ukri. Ich hab nicht bekommen. Freunde, heute spielen wir den Flugzeugpapiersimulator in Rombloch. Ich schau das euch mal an. Let's go! Ich werf jetzt mein erstes Flugzeugpapier auf. Es wird treffen. Äh, Freunde, ich hab einfach nicht getroffen. Und, Junge, schaut euch die Leute mal an. Die werfen von dort ganz hinten und treffen. Ey, ich muss jetzt auch treffen, Freunde. 100%. Ich werd's schaffen. Ich werd's schaffen. Ich werd's jetzt treffen, Freunde, mit Ansage. Ich bin zu schlecht, Freunde. Denn heute werden wir immer krasser im Flugzeugpapiersimulator, bis wir dort ganz hinten bei diesen Super-OP-Inseln ankommen. Seht ihr die, Freunde, im Hintergrund? Junge, da war es unsere richtig krasse Belohnung. Wir werden heute alle toppen, Freunde. Und als allererstes holen wir sofort Geschenke ab. Nämlich... 1.000 Cash und 100 Juwelen! Okay, und damit können wir jetzt unser Flugzeugpapier einfach upgraden, sodass wir treffen. Warte mal, ich versuch mal von hier ganz vorne. Und bitte komm schon! Let's go! Alter, ich hab's geschafft, Freunde. Ich bin einfach der Beste. 100%. Jetzt muss ich's aber treffen. Und zack! Jo, ich kann einfach treffen. Ey, warte mal, wir probieren mal von hier hinten. Wird das auch klappen? Ey, nebenbei, Freunde, wir kaufen uns sogar noch richtig krasse Eggs, womit wir dann ultra viel Cash machen. Äh, und... Let's go! Oh, ey, und desto weiter man wirft, desto mehr Cash kriegt man einfach. Schaut mal, wie weit ich schon geworfen hab. Oh, guck mal, hier oben. Wir können einfach sogar das Glücksrad drehen. Und das machen wir sofort. Ey, später kaufen wir sogar noch mehr Glücksräder. Und, Leute, ich hab Lack bekommen. Das heißt, ich sollte jetzt hier sofort hingehen und mir ein Egg kaufen. Ja, natürlich. Ich lauf mir jetzt ein normales Ei. Und? Äh, was ist das denn bitte sehr? Ihr habt eine Biene bekommen. Okay, aber die sind aber gar nicht mal so schlecht, Freunde. Und die rüsten wir natürlich sofort aus. Herr Cash mal drei und mehr Gems, Freunde. Ultra OP. Okay, und guck mal, damit kann ich hier einfach upgraden. Leute, ich kann stärker upgraden, wie stark ich das werfe. Zielgenauigkeit und Geschwindigkeit. Leute, ich grade stärker. Und, ey, wozu brauche ich Geschwindigkeit, Freunde? Voll unnötig grade ich auf jeden Fall nicht ab. Oder was meint ihr, Freunde? Schreibt mir in die Kommentare. Und wisst ihr was? Ich kann mir hier sogar andere Flugzeuge kaufen. Hä? Alter, kann ich denn... Als ob ich so ein richtig krasses Flugzeug werfen kann. Hör, wie viel kostet das? Junge! Alter, wie teuer ist das? Jo, einfach ein rotes Flugzeug. Darauf spare ich jetzt, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, wir werfen sofort unser erstes Flugzeug. Und 100 Prozent. Äh, 98 Prozent. Aber ich werde treffen, Freunde. Komm schon. Und... Zack. Let's go. Jo, ich hab getroffen, Freunde. Habt ihr das gesehen? Ich hab einfach getroffen. Ich bin der Beste. Und nochmal. Und... Zack. Warte mal, wie viel brauche ich für die nächste Welt, wenn ich damit da reinkomme? 100.000. Was? Alter, wie teuer ist das denn? Bitte sehr. Komm, 92 werde ich treffen, Freunde. Komm schon. Und... Ich bin doch immer zu schwach, Freunde. Und schaut euch das, Mann. Ey, ich kann mir einfach ein Hauerbot kaufen für 150 Robux. Lol. Hä, voll krass. Aber wisst ihr was? Ich hab irgendwie Bock... Boah, was ist das denn bitte sehr? Hä, was ist das da unten? Ey, ich drehe jetzt einmal das Glückstraf für Robux, Freunde, okay? Denn wir wollen heute der Krasseste werden. Und das... Freunde, das können wir nicht anders, außer Robux auszugeben, okay? Da müssen wir ein paar Robux ausgeben. Let's go. Ein Spin, Freunde. Was kriegen wir? Und... Was ist das mythische, Freunde? Ey, mal zwei Jams ist auch voll OP bestimmt. Und zack, wir werden wieder ein Papierflieger. Und... Let's go. Wieder getroffen, Freunde. Und schaut mal, wie viel Cash wir jetzt bereits schon haben. Gleich haben wir 5.000 Cash. Okay, wir treffen jetzt nochmal. Bam. Easy peasy. Let's go. Gar kein Problem für mich. Und guck mal, wie viel Cash ich bloß kriege. Junge, das passt ja ultra OP. Ich hab einfach gleich schon 10.000 Cash, Freunde. Aber schaut mal, da hinten gibt's sogar ein Meme-Eck. Hä? Was ist ein Meme-Eck, Freunde? Und das kostet nur 99 Robux? Ja, wisst ihr was? Das kauf ich mir jetzt sofort. Let's go, Freunde. Wir wollen heute die Krassesten werden. Wir wollen bis zum Ende auf diese Inseln kommen. Und den doll erwarschen. Das ist eine richtig krasse Überraschung. Und let's go. Hä? Ich hab was legendäres bekommen. Alter. Junge, ich... Ultra krass. Guck mal, ich hab legendäres bekommen. Oh, das ist alles legendäres. Lol. Hä? Aber ich riss das jetzt aus. Mal gucken, wie viel es mir plus gibt. Und... LOL. Alter. Junge. Freunde, habt ihr es gesehen? Ey, ich grade uns alles ab. Und wir werden so krass, Freunde. Zack. Alles upgraden. Alles upgraden. Sogar hier machen wir sogar das Laufgeschwindigkeit. Stärke. Bam, bam, bam. Alles upgraden. Junge. Alter, ich will... Ich bin gespannt, wie OP wir jetzt sind. Wir können sogar gleich... Ey, stell dir vor, wir kaufen ein Jet, Junge. Wir kaufen uns einfach ein Flugzeug und werfen das dann. Junge, das wird so cool heute. Und wir haben hier sogar Event-Eier. Können wir auch gleich machen. Mit einer Wiedergeburt. Okay, wir versuchen jetzt von hier aus zu treffen. Und... Bam. Komm schon. Let's go. Ich werd... Ich hab getroffen. LOL. Alter. Junge, schaut mal, wie viel. Guck mal, wie viel ich bloß bekommen hab. Alter. Junge. Das war 1.000. Ey, ich glaub, damit kann ich mir sofort richtig krass einkaufen. Aber wisst ihr was? Ich werfe jetzt noch dreimal oder so. Und dann bin ich direkt im nächsten Level, Freunde. Let's go. Guck mal, wie viel ich wieder Plus mache. Ich werfe jetzt von hier ganz hinten. Und dann... Ey, ich werd von hier ganz hinten werfen. Schaut euch das mal an. Von ganz hinten werd ich werfen. Wow, ich hab wieder ein Geschenk. Leute, ich hab OP-Pad bekommen. Ist das wirklich so OP? Warte mal, schau mal. Digga, das ist ja auch richtig OP. Okay, ich spritze jetzt auch ab. Ey, wie viel Cash werden wir jetzt kriegen? Ey, Freunde, wir werden so schnell krass. Wir werden richtig schnell krass. Und let's go! Alter! 100k! Okay, aber kaufen, kaufen. Äh, warte, Junge. Alter, warum klappt das nicht? Ey, ich hab's gekauft! Yo! Alter! Hö, was ist denn bitte sehr? Hä? Junge. Was hab ich gerade bekommen? Ich hab... Ich hab Pad bekommen. Ey, das ist aber voll schlecht. Das fehlt gar nicht. Ich nehm mir jetzt... Aber es ist besser als das hier, Freunde. LOL. Hä? Digga, das ist richtig OP. Das gibt mir voll viele Juwelen. Alter, das ist ja richtig krass. Okay, wisst ihr was, Freunde? Ich würd' sagen, äh, Upgrades? Leute, was ist das bitte sehr? Okay, ich geh hier mal hin. Ich glaub, das kann man mit Juwelen machen. LOL. Ey, wir können hier richtig krass Upgrades machen. Ich glaub, die sind so olde OP. Wir können sogar mehr Pets Upgrade machen. Okay, das machen wir gleich auch 100%. Aber als erstes, Freunde, wir testen jetzt aus. Ich geh bis hier ganz nach hinten und ich teste jetzt aus, ob ich von hier aus treffe. Wenn ich von hier aus treffe, Freunde, lass allen Abonnen einen Like da. Komm schon! Nein! Jo, hab ich nicht geschafft, Freunde. Egal, jetzt schaff ich, aber jetzt schaff ich, Freunde. Mit Ansage. Wenn ihr trefft, lass alle Abonnen einen Like da. Und, let's go! Ich hab getroffen! Junge, Freunde, wir sind die Besten. Schau mal, wie viel Plus wir kriegen. Wir kriegen schon mit einem Wurf 50.000 Plus. Warte mal, wie viel kriegen wir Plus? 50.000! 60.000 kriegen wir Plus mit einem Wurf. Und, let's go! Nochmal, Freunde! Bam! Getroffen! Und, let's go! Ey, mit dem Cash. Junge, wir können hier voll die krassen... Alter, schau, das ist mal... Wir können schon voll die krassen Eier kaufen. Warte mal, ich geh mal auf die andere Seite. Hä? Warum ist... Ey, Leute, warum sind die alle so teuer? Ey, wohl, ne, doch. Hier ist billiger. Aber ich will noch teueres Ei. Warum sind die... Hä? Ey, warum sind die so teuer? Kann ich mir das mal bitte jemand erklären, Freunde? Hier für 200.000. Da kriegt man für 200.000 ein Ei. Ey, ich glaub, ich hol mir für 200.000 hier ein Ei. Ich geh jetzt nochmal in den Desert. Äh, lol, hä? Ich muss das einfach kaufen, damit ich mich hier mal hin teleportieren kann. Aber so ist es voll OP. Schau mal, wie schnell ich jetzt immer gehen kann. Und, Junge! Was sind das bitte sehr für Leute hier? Alter, die sehen richtig OP aus. Hä? Warte mal, wohin ist der Typ gelaufen? Der läuft einfach schon in die nächste Zone. Ey, wie krass der denn bitte sehr. Ja, Freunde, so krass müssen wir auch werden. Und das werden wir jetzt auch, Freunde. Denn wir werfen jetzt hier noch einmal. Bam, let's go. Kriegen jetzt richtig viel Cash plus. Gehen jetzt einmal zurück zum Spawn. Und werden jetzt dieses krasse Ei hier öffnen. Für 200.000 Cash. Ey, ich bin so gespannt, wie viel ich jetzt hier plus kriege. Und let's go! Wir öffnen ein Ei. Bitte müde dich, Freunde. Bitte müde dich. Komm schon. Und bam! Äh, Junge, Junge. Ich will das öffnen. Warum? Warum kann ich das nicht öffnen? Warum geht das nicht, Freunde? Hä? Das geht aber. Ich will doch einen Hund, Junge. Der ist voll schlecht bestimmt. Und was? Ich muss für das Ei erstmal das andere Biom freischalten? Aber es kostet doch voll viel. Wie soll ich es schaffen? Egal, wisst ihr was? Ich werde es schaffen, Freunde. Ich werde es 100%ig schaffen. Und ich hole mir sofort hier meine erste Belohnung ab. Boom! Loll! Alter! Hä? Äh, warte mal. Warum steht da Tag 7? Äh, Freunde, warum habe ich Tag 7 Belohnung schon bekommen? Ich habe gerade 2,5.000 Juwelen bekommen. Wie OP ist das bitte sehr? Ja, ich glaube, weil ich... Oh, Junge. Ey, das ist so stark, Freunde. Damit kann ich mir das Krasseste kaufen. Let's go! Freunde, ich grade jetzt komplett ab. Wir werden jetzt so OP werden. Mit 2.500 Juwelen sind wir bestimmt so stark. Okay, wir gehen jetzt hier hin, Freunde. Wir grade jetzt alles ab. Erstmal ein mehr Pad, Freunde. Richtig wichtig. Hä? Warte mal. Oh, ups. Das kostet... Junge, wie viel kostet das? Hä? Ich kann mir mehr Glück kaufen. Hä? Wir grade jetzt einfach mehr Glück ab. Let's go. Und was ist das bitte sehr? Hä? Geschwindigkeit? Bringt das irgendwas? Hä? Junge, der hat ja gar nichts gebracht. Ich bin abgezogen. Egal, Freunde. Wisst ihr was? Ey, ich hab ganz vergessen. Wir können jetzt krassere Flugzeuge kaufen. Stimmt. Ey. Das ist ja richtig OP. Warte mal. Okay, wir kaufen sofort das hier. Wir kaufen sofort das hier. Let's go. Ausrüsten. Und zack, jetzt werfen wir das. Okay, ich bin gespannt. Wie viel plus wir jetzt kriegen. Das ist ja sowas ohne P. Und jetzt kriegen wir noch mehr Cash. Hab ich ganz vergessen, Freunde. Okay, warte mal. Wir testen mal aus. Und? Komm, schaut. Und let's go. Ey. Werden wir treffen, Freunde? Also, werden wir treffen. Wir haben getroffen, Freunde. LOL. Alter, kriegen wir viel plus. Warte mal. Ey, damit. Damit kann ich mir jetzt sofort das nächste Flugzeug kaufen für 400.000, ne? Freunde, das machen wir sofort. Das machen wir sofort. Instant machen wir das jetzt. Und boom. 400.000 schon. Und jetzt noch ein Wurf, Freunde. Junge, bin ich OP. Warte mal. Wir können gleich sogar nochmal alles upgraden. Junge, vergesse ich das bitte sehr alles. Wir gehen jetzt erstmal hier zum Planeshop. Und werden dort jetzt alles kaufen. Und zwar den blauen Flieger. Oh, Mann. Warum ist der teurer als der rote? Das gefällt mir gar nicht. Den wird ganz genau rot. Das ist die beste Farbe. Das würde ich sagen. Wir gehen wieder in Spawn. Und vor allem ist jetzt hier alles. Let's go. Boom. Junge. Ey. Krass bin ich bitte sehr. Alter, ich hole mir alles. Junge. Oh, ey. Wie viel werde ich jetzt plus kriegen, Freunde? Wir haben das alles geupgradet. So oft, Freunde. Okay. Das ist unnormal. Krass, Freunde. Das wird jetzt unnormal. Krass. Warte mal. Wir testen jetzt einmal aus. Und. Wie viel Crash kriegen wir jetzt plus, Freunde? Das wollen wir jetzt wissen. Und. Let's go. Wow. Okay. Nein. Wurf einfach 100.000 Cash. Pro Wurf was? Junge, wie OP ist das bitte sehr? Alter, Freunde. Ich kann es nicht fassen. Okay. Das ist unglaublich, Freunde. Das ist unglaublich. Wisst ihr was? Ich kriege jetzt. Ich muss jetzt nur noch 5 Mal werfen oder 4 Mal. Und dann kann ich einfach direkt in die nächste Welt. Und dann wird es noch viel krasser. Gibt euch das mal. Und. Let's go. Ich habe 1.000.000 Cash. Und. Warte mal. Hä? Das kostet noch mehr. Hä? Deren Ernst? Das wusste ich gar nicht. Ups. Aber ich kann mir mal wieder 500 Jams abholen. Und. Let's go. Ich habe genügend Cash, um mir jetzt die nächste Welt zu holen. Wow. Und, Freunde. Wart mal. Ich teste mal aus, was passiert, wenn ich von hier hinten werfe. Kann ich hier schon treffen, Freunde? Und. Ich teste jetzt aus. Und. Let's go. Wow. Freunde. Bam. Ich habe getroffen. Und. Joho. Habe ich viel plus bekommen. Fast 200.000 plus, Freunde. Alter. Wie OP ist das bitte sehr, Freunde? Schaut euch das mal. Und noch ein Wurf. Und ich treffe es sogar direkt. Ey. Wie krass bin ich bitte sehr. Aber was ist das da hinten, Freunde? Habe ich gar nicht abgecheckt. Hä? Muss ich sofort hin? Ich teste jetzt aus, Freunde. Was ist das? Ich teste jetzt aus, Freunde. Was ist das? Und. Äh. No. Hä? Alter. Junge, schaut euch das mal an. Hä? Ey. Guck mal. Ich kann mir das einfach kaufen. Und schaut mal, wie cool das jetzt aussieht. Ey. Wir testen das jetzt gemeinsam aus. Okay? Aber erstmal kaufen wir uns ein Schnee ein. Komm schon. Let's go. Und was kriegen wir? Let's go. Äh. Ey. Das ist gar nicht selten, Freunde. Wir wollen hier dieses Mythische holen. Und deswegen kaufen wir uns das direkt drei Eier. Äh. Klappt gar nicht. Ups. Bam. Äh. Okay. Der ist auch schlecht. Ich will was besseres. Komm schon. Boom. Wieder was schlechtes. Ich will kein Ninja. Und let's go. Ich habe das krass bekommen. Schaut mal, Mann. Ich habe einfach das hier bekommen. Ey. Das ist voll selten. Warte mal. Ich rüste das jetzt sofort aus, Freunde. Guck mal, wie oft ich einfach gezogen habe. Und jedes Mal was schlechtes bekommen habe. Okay. Mal schauen, ob das gut ist. Und. Äh. Was? Junge. Das ist einfach voll schlecht. Aber ich glaube, ich rüste das aus, Freunde. Und mache den hier einfach weg. Denn der gibt mir einfach nur Diamanten, Freunde. Und eigentlich ist das voll schlecht. Jetzt hier nochmal alles upgraden. Hier zu diesem Biom gehe. Und jetzt einmal werfen, Freunde. Wie viel werde ich jetzt plus kriegen? Und. Komm schon. Let's go. Alter. Ich kriege ja viel mehr plus. Und wisst ihr was? Ich gehe jetzt hier sofort nochmal upgraden. Let's go. Und wir holen jetzt wieder ein Geschenk ab. Haben wir ja richtig viel Cash bekommen. Jure, wir sind so okay. Wie viel werden wir jetzt mit einem Wurf kriegen? Guck mal, wie weit wir schon werfen können. Wow. Ey, das erinnert mich voll an diesen Fußball-Simulator, Freunde. Euch auch. Und let's go. Nochmal. Wir kriegen schon über 200.000 plus pro Wurf. Und warte mal. Dann kann ich mir jetzt einfach... Ich kann mir, glaube ich, ein Jet kaufen. Lol. Ich glaube, ich kann mir ein Jet kaufen. Ey, ich spare jetzt auf dem Jet. Ich glaube, der kostet eine Million, nur, Freunde. Ich glaube, der kostet nur eine Million. Okay, wir sparen jetzt darauf. Komm schon. Let's go. Noch ein Wurf. Und. Noch ein Wurf. Und gleich kaufen wir uns sogar richtig viele Spits. Und ein mega Angebot. 100%ig, Freunde. Okay, jetzt kommt nur ein Wurf. Da haben wir wieder eine Million. Let's go. Komm schon. Wow. Guck dir das mal, wie cool das einfach aussieht. Und, Freunde. Wir spinnen jetzt nochmal einmal hier. Bam. Und es ist sogar Rabatt, Freunde. Let's go. Wir spinnen jetzt einmal. Und dann gehen wir uns einfach krasseren Jet kaufen. Let's go. Was werden wir kriegen? Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bitte was cooles. Und. Ja. Wieder mal zwei Gems. Ich will doch diesen mythischen da kriegen. Egal. Wir gehen jetzt in den Planeshop. Und jetzt holen wir uns was richtig krasses hier. Komm schon. Hier. Wie viel kostet das? Da haben wir schon ausgerüstet. Und. Hä? Was? Jungs. Jetzt kostet Robux. Alter. Jungs. Wollen die mich... Wollen die mich pracken? Jungs. Wollen wir hier noch mal Robux aus? Ich glaube, im Endeffekt ist das voll dumm. Wir hätten eigentlich lieber den Jet holen können. Weil hier werden wir eh kein Glück haben, wie ich mich kenne, Freunde. Obwohl. Doch. Mal zwei Cash. Ey, das ist doch bestimmt voll OP, oder nicht? Alter. Freunde. Mal zwei Cash. Dann nochmal mehr Cash, als wir eigentlich schon kriegen, Freunde. Checkt ihr das? Let's go. Jungs, das ist ultra krass. Junge, okay. Ey, das haben wir jetzt bekommen und das werden wir jetzt komplett ausnutzen, Freunde. Jo, wie viel Cash kriegen wir bitte sehr. Schaut euch das mal an. Wir kriegen eine halbe Million pro Wurf. Okay, das nutzen wir jetzt komplett aus, Freunde. Let's go. Ich habe richtig viel Cash. Und jetzt, Freunde, kann ich mir einfach das USB-O freischalten und sogar neue Eier kaufen. Okay, das mache ich sofort. Und wow. Schaut sich das mal an. Ey, hier gibt es einfach neue Eier. Soll ich mir eins davon kaufen? Okay, Freunde, wisst ihr was? Wir tun es. Wir tun es jetzt. Wir kaufen uns ein königliches Ei, dem wir jetzt ganz genau haben. Ich bin auch King. Und deswegen brauchen wir auch ein King-Ei, Freunde. Das ist komplett wichtig. Und was kriegen wir? John, ich habe einen König bekommen. Junge, ist viel besser, weil guck mal. Hier gab es einmal König-Frau, König-Baby. Und wir wissen ganz genau, König der allererste König ist der krasseste. Und den werden wir jetzt ausrüsten. Wie viel gibt er mir plus? Was? 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 Junge, wie krass ist das denn bitte sehr? Ey, das müssen wir sofort... Oh, guck mal. Ey, wir überholen den, Freunde. Wir überholen den. Habt ihr doch gesehen, als er unter mir war? Jetzt werden wir ihn überholen. Hundertprozentig. Wir werden ihn so rasieren, Junge. Alter, kriegen wir viel Plus, Freunde. Schau dir das mal an. Und... Wow! Ich habe so viel Plus gemacht. Und nochmal. Let's go! Freunde, wir kaufen uns jetzt mit 2 Millionen richtig krasse Eggs. Denn wir können sie jetzt schon holen. Weil wir haben jetzt einen neuen Bereich freigeschaltet. Und wow, ich würde sagen, das machen wir auch sofort. Ich glaube, wir kommen heute sogar noch ein bisschen in den Inseln. Okay, wir gehen jetzt hier noch einmal zum Spawn. Oh, toll, das ist das krasse Ei hier. Lass allen ab und ein Like da, Freunde. Komm schon. Und... Let's go, damit ich was krass kriege. Wow! Äh, warte mal. Das ist, glaube ich, gar nicht krass. Junge, ihr habt kein Like da gelassen, Freunde. Lasst jetzt bitte ein Like und ein Abo da. Komm schon damit. Was ist das krasse hier? Und... Junge, noch immer nicht. Freunde, komm schon. Und... Let's go! Wow! Junge, ihr habt richtig viele Likes da gelassen. Ich habe voll das Alten gezogen. Schau dir das mal an. Das habe ich ja vorher voll lange nicht gezogen. Okay, das ist ultra-op. Und wisst ihr was? Und jetzt werden wir noch einmal von den Händen und schauen, wie viel wir Plus kriegen. Bam! Komm schon. Richtig viel Plus müssen wir kriegen. Und... Boom! Alter, haben wir gerade viel Plus bekommen. Und damit, wie gesagt, Freunde. Freunde, wenn wir uns zusammen sehen wollen, lassen ab und ein Like. Wir haben es ja nicht bis zu den Inseln geschafft. Aber wir sind schon ultra weit gekommen, haben einen richtig krassen Flieger. Deswegen, wie gesagt, lassen ab und ein Like da. Drücken auf die Glocke und aktiviert die. Dann verpasst ihr kein Likes in dieses Video, weil ich bringe jeden Tag Roblox-Videos. Und checkt auch unsere anderen Kanäle ab. Zum Beispiel beim Minecraft-Kanal, also im Ukri-Kanal und Ukri auch noch. Und jetzt tschau, tschau, Freunde, auf das nächste Video. Wow! Wir werfen! Und drei Ziel!